Hitzige Schlussphase beim knappen 3 zu 2 Auswärtserfolg der Bayern beim FC Augsburg. Bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel jedenfalls lagen die Nerven blank. Der Trainer schrie in Richtung der FC Augsburg Bank und dem Augsburger Sportdirektor Marinko Jurendic. Wir haben einen verletzten Spieler, setz dich auf deine Bank. Bist du behämmert oder was? Was ist denn mit dir los? Kurz zuvor war Bayern-Youngster Alexander Pavlovic in einem Luftzweigkampf über Augsburgs Arne Meier hinweggestürzt und schlug hart auf dem Rasen auf. Die Partie wurde unterbrochen. Seine im TV zu hörende Schimpftirade nahm Tuchel nach dem Spiel mit Humor. Nicht so gut, aber auch nicht so schlimm, sagte der 50-Jährige im aktuellen Sportstudio des ZDF. Er hatte Zeitspiel reklamiert und nicht gesehen, dass wir einen Verletzten haben. Das hat mich geärgert, so Tuchel. Wir haben nachher kurz gesprochen. Alles gut.